Die Spur ist nicht von einem Rolf, sondern von der Bestie. Na, kleiner Bengel, hast du die Bestie schon gesehen? Sie treibt sich hier rum. Komm zurück! Hey, wo bist du? Na komm, du bist gar nicht böse. Oh, du stinkst. Du bist wunderschön. Und ich werde dich Belle nennen. Belle, die du leuven, nous serons... Was verheimlichst du mir? Ich habe Erfahrung mit streunenden Hunden und mit Jungs, die sich ihrer annehmen. Es endet immer böse. Ich weiß, warum dich die Bestie gebissen hat. Du stinkst so sehr, sie hat dich für einen Ziegenbock gehalten.